Die Deutsche Vertriebsberatung wurde als erste deutsche Beratungsgesellschaft mit dem Schwerpunktvertrieb gegründet. Zur neuen Videoreihe der Deutschen Vertriebsberatung hören wir jetzt Ulrich Dietze. Kennen Sie den kürzesten Witz im Golfsport? Er lautet, ich kann's. Es gibt keinen Golfspieler, der diesen Sport perfekt beherrscht. Es gibt nur einige wenige, die mit Fleiß und Ausdauer bis an die Weltspitze gelangt sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass man das 1 zu 1 auch auf den Verkauf übertragen kann. Niemand kann perfekt verkaufen. Aber wenn Sie wirklich mit Herzblut dabei sind, können Sie jeden Tag durch Training und durch Beharrlichkeit besser werden. Stück für Stück. Gemeinsam mit meinem Team habe ich seit 1992 weit über 30.000 Vertriebsmitarbeiter trainiert. Viele von Ihnen gehören heute zu den Besten Ihrer Branche. Hier in unserem Kanal geben wir Ihnen regelmäßig wertige Tipps und Anregungen für Ihren Verkaufserfolg. Viel Spaß beim Ansehen, Liken und Teilen. Deutsche Vertriebsberatung Caridio Image und Eventfilmproduktion